Ja, hallo zusammen! Heute möchte ich euch mal erzählen, warum ich so gut Englisch sprechen kann. Und ich würde mal sagen, los geht's! Die Grundlagen des Englischsprechens habe ich natürlich in der Schule gelernt und somit möchte ich mal Grüße an meine ehemalige Englischlehrerin schicken. Ich habe also die Jahre, wo ich in der Schule war, Englisch gelernt und somit eine sehr gute Basis für Englisch aufgebaut. Nachdem ich also die Grundlagen des Englischsprechens in der Schule gelernt habe, ging es weiter mit dem selbstständigen Lernen. Also sprich, ich habe mir Englisch audiodaktisch und selbstständig beigebracht. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der in den letzten Jahren hinzugekommen ist, ist der Kontakt mit nicht deutsch sprechenden Personen auf Facebook, Instagram und auch auf YouTube und auch im privaten Leben, wenn es denn so ist, dass ich irgendeine Person getroffen habe, die kein Deutsch sprechen kann. Durch diese ganzen Aspekte und Zusammenhänge, die in den letzten Jahren so zusammengekommen sind, ist es also der Fall, dass ich so gut Englisch sprechen kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sehr gut Englisch sprechen kann, sondern ich kann meines Erachtens und in meinen Augen so gut Englisch sprechen, dass ich mich mit anderen englisch sprechenden Personen richtig gut verständigen kann. Aber das war es auch schon. Man lernt immer wieder dazu und somit bin ich noch nicht am Ende des Englischlernens angelangt, sondern ich lerne immer wieder neu dazu, immer wieder neue Wörter oder neue Sätze oder was auch immer. Auf jeden Fall ist mein Englisch noch nicht so wirklich 100%ig gut, dass ich jedes Wort und alles irgendwie verstehen würde, sondern es ist so gut, dass es für die alltägliche Verständigung reicht, aber weiter auch nicht. Und ich denke, damit ist die Sache geklärt, warum ich gut Englisch sprechen kann. Und ich würde sagen, das Video ist beendet. Noch einen schönen restlichen Abend. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!